Ich bin Trieb, ich dein Hitsch, doch meins war ein Lieb, der sich hält. Dritte mit Finger, wer ich bin. Heute bin ich von Schiener, Rob, mach ich krumme Dinger. Dritte mit Finger, wer ich bin. Ich bin der freundliche Nachbar mit Boy-Group-Charakter, der sich häuslich gemacht hat. Ich glaub, wie ich los, meine Augen sind rot. Ich verkauf auch noch Dope, draußen noch Koks. Ich esse nur Veganes, spreche sieben Sprachen, helfe in den Armen und spende in der Tafel. Was geht mit Penner auf den Sackmann? Die haben kein Problem. Die sollen arbeiten gehen. Ich bin Mitglied bei Greenpeace, bei WWF und UNICEF, denn diese Welt ist ungerecht. Nieder mit den Pandas und Wallen. Frag auf die Armen, hol mir ein Bier und dann macht mir den Brat mit. Ich hab ein Garten mit chinesischer Blütenkunft. Ich dort die Abfall, bin Liebe nach grünem Punkt. Ich hasse grünzeug, ich trenne nicht den Müll. Bei mir wird alles durch die Toilette gespült. Frieden und Handlichkeit sind tief in meinem Herzwein. Komm, wir machen heute Abend Liebe bei Katzenstein. Ich will geschmussen, ich hab Frühling im Rücken. Ich will einfach nur als Rumpsen und mein Prügel beglücken. Ey, wer ich bin. Eine Mischung aus dem Herzensbrecher und dem Sterbverbrecher. Der ist nur mit dem Finger, wer ich bin. Meine beste Seite und dann merk ich, dass ich echt gemein bin. Der ist nur mit dem Finger, wer ich bin. Ich bin Frieden, ich bin Hate, doch manchmal liebt er sich selbst. Der ist nur mit dem Finger, wer ich bin. Heute bin ich pro Verschied am Morgen, mach ich krumme Dinger. Der ist nur mit dem Finger, wer ich bin. Ich bin der Musiker aus Reigenschaft. Du liebst meinen Zapp und rufst mich dann für deine Stadt. Das Liefen und Prag ist mir für mich egal. Ich mach das ganze Racken nur, um meine Wiese zu zahlen. Ey, niemals ohne meine Gang, meine Homies, meine Fam. Nur der Tut kann uns noch treffen. Ich mach eine Soloplatte, damit ich mehr Kohle mache. Und Rap ohne Backup MC, damit ich besser verdien. Rap ist Geschichte, erzählen Gedichte des Lebens mit wichtigen Themen. Rap bedeutet direkt auf die Fresse, weil's das Gegenteil von nett ist. Ey, und Rap bedeutet Battle. Ich mach moralisch korrekte, soziale Projekte. Und stand mit meinen Texten sogar in der Presse. Scheiß auf Workshops, kacke auf die Schule. Also lass mich in Ruhe mit sozialem Gefuhr. Vorbild Funktion für Mädchen und Jungen. Bin politisch korrekt und ernähr mich gesund. Die Jugend kann warten, ich bin Untergrundartes. Ich bin Hosen, so sagen und ungesund sterben. Ey, wer ich bin? Eingemischung auf nem Arztensbrecher und nem Schwerverbrecher. Der schlimme Finger, wer ich bin? Meine beste Seite. Und dann mach ich, dass ich echt gemein bin. Der schlimme Finger, wer ich bin? Ich bin friedlich, denn hey, doch manchmal. Liebt er sich selbst. Der schlimme Finger, wer ich bin? Heute bin ich Muster, Schüler, morgen mach ich krumme Dinger. Der schlimme Finger, wer ich bin? Eingemischung auf nem Arztensbrecher und nem Schwerverbrecher. Der schlimme Finger, wer ich bin? Meine beste Seite. Und dann merk ich, dass ich echt gemein bin. Der schlimme Finger, wer ich bin? Ich bin friedlich, denn hey, doch manchmal. Liebt er sich selbst. Der schlimme Finger, wer ich bin? Heute bin ich Muster, Schüler, morgen mach ich krumme Dinger. Der schlimme Finger, danke schön. Was geht mit Menschlichkeit? Wer, wenn ich wir? Wann, wenn ich jetzt? Wer, wenn ich wir? Wann, wenn ich jetzt? Warum nicht jetzt und gleich? Direkt und live. Was geht mit Menschlichkeit? Wer, wenn ich wir? Wann, wenn ich jetzt? Wer, wenn ich wir? Wann, wenn ich jetzt? Herzlich willkommen beim Jugendfurt Kreuz. Zur neuen Kampagne, die cool ist und euch zu mitmachen haben. Stimmte Kids an die Stadt, die wir jetzt gehen. Es geht los, das Moom-Mindes läuft. Deutschland, Europa oder weltweit. Egal ob Mädchen oder Junge, jeder kann ein L zeigen. Wer teilt das J.R.K. per Website? Mehr Likes, wer's tight, wer nice, wer weiß. Auf Facebook, Instagram und Snapchat. Was geht mit Hältigkeit? Der Hashtag. Los, dann einfach mal was starten. Zeige deinen Freunde die Kampagne. Mit Merchandise, Flyer und Plakaten. Du bist zwischen 6 und 27. Möchtest was bewegen und nicht reden, so wie ältere am Stammtisch. Dann bist du bei uns ganz herzlich willkommen. Und nun kommt der Refrain vor dem Song. Und der geht. Warum nicht jetzt und gleich? Direkt und live. Was geht mit Menschlichkeit? Wer, wenn ich wir? Wann, wenn ich jetzt? Wer, wenn ich wir? Wann, wenn ich jetzt? Warum nicht jetzt und gleich? Direkt und live. Was geht mit Menschlichkeit? Wer, wenn ich wir? Wann, wenn ich jetzt? Wer, wenn ich wir? Wann, wenn ich jetzt? Jeder Mensch hat einen Traum, doch nicht jeder hat die Chance, über den Tellerrand zu schauen. Setz dich ein Vertrieben und Gerechtigkeit. So erreichen wir das Ziel für mehr Menschlichkeit. Lass uns Projekte auf die Beine stehen. Was korrekt ist und fresh ist, was den Gleis erhält. Das JAK ist dafür da, deine Ideen umzusetzen. Mit einem Plan und einem Weg. Alles inklusiv und barrierefrei. Als um uns die Gelegenheit. Jetzt ist die Barriere frei. Du bist am Zug. Pack dein Gepäck. Wer, wenn ich du? Wann, wenn ich jetzt? Schüler, Schule, Eltern sowie Lehrer, Institutionen und Medienvertreter. Wer als Nami ganz herzlich bekommt. Und jetzt kommt der Refrain von dem Song. Und der geht. Warum nicht jetzt und gleich? Direkt und live. Was geht mit Menschlichkeit? Wer, wenn ich wir? Wann, wenn ich jetzt? Wer, wenn ich wir? Wann, wenn ich jetzt? Warum nicht jetzt und gleich? Direkt und live. Was geht mit Menschlichkeit? Vertriebheart, seid ihr da? Ja! Wer bin ich hier? Wann bin ich jetzt? 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 Dankeschön, Bad Tribune! Guten Tag, Leute, schlimmer Finger. Mein Name ist Rafidi. Ich wünsche euch noch einen ganz schönen Abend. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend.